Papa Hier oben stehen auch zwei Stück, die schießen noch nicht mehr in den Zweck gekämpft hier Aber ich hab keine Longwinds mehr Ja, die werden auf dem Dreifschuss Ja, genau Nice, runter, runter Die ist ein Lauf, die Deiben. Einen habe ich doch noch. Jetzt fällt mir wieder. Bin so gut. Ich glaube, die drei müssen ja schnell holen. Ich komme mal hoch. Hier oben ist auch noch einer. Wer hat sie denn recht? Ah, verdammt, der hat mich. Hier. Das sind zwei. Du bist gehämmert. Hier unten ist auch noch einer. Ja, da ist noch einer. Wir haben uns kreis von da runter gehauen, damit ich die zwei hier voneinander getränkt habe. Nippisch. Wer hat sie getränkt? Wer hat sie getränkt? Ja, mach's gut. Tschau, Lara. Du bist bereit oder Lobby? Lobby. Okay. Ja, das war jeden zwei. Da vorne der Löffel mit der Maier. T-Mac ist auch da hinten. T-Mac ist hinter dem Baum. Da ist auch hier. T-Mac ist auch da hinten. T-Mac ist in der Löffel mit ihm. Oh, Rakete. Das ist gut ja so. 2, 3 2, 3 Da ist der Trennung? wir haben gerade aber noch ein Dornchen ich hab kein Bauch mehr das schenkt gerade zum nächsten naja der Zähne kommt jetzt so ein bisschen näher irgendwo hat mich einer erwischt ach der linke hat mich irgendwo erwischt das war ein T-Mate aber auch da ist nicht gut wir können jetzt nicht mehr stressig werden das war jetzt aber nur feier dazu das ist der Ombich da ist ein bisschen voll jawohl episch ja I like to move it move it I like to move it move it I like to move it I like to move it ich hab 17 Kills juhu es kommt jetzt auch wieder Hallo Leute hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles was ihr braucht